Wie kann ich Steuersparen als Unternehmer? Ja, das Thema Steuern, natürlich möchte jeder so wenig wie möglich Steuern zahlen. Ich kann keine persönliche Aussage für dich eben treffen, dementsprechend Disclaimer. Das ist nur, wie ich das mache und mit bestem Wissen und Gewissen von mir und stellt keine steuerliche Beratung dar. Ja, wie kannst du Steuern sparen? Du kannst versuchen, so viel wie möglich Ausgaben über die Firma zu produzieren, weil du machst bei der Firma eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung und wenn du zum Beispiel mit einem Kunden essen gehst oder du irgendwo Essen bestellst, dann kannst du dies als Geschäftsessen ansetzen. Du kannst auch Fahrten mit deinem Auto ansetzen, wenn du einen geschäftlichen Hintergrund hast. Dementsprechend gibt es da viele Mittel und Wege, was du tun kannst, um quasi deine täglichen Sachen quasi auch von der Steuer abzusetzen, vorausgesetzt du hast einen geschäftlichen Grund dahinter. Wenn du Fragen hast oder vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, Kennsteuern zu sparen, neben, okay, ich setze meine Ausgaben hoch und dem Thema, okay, welche Rechtsform habe ich, wie agiere ich denn in dem Finanzkonstrukt, heißt, bin ich Einzelunternehmer, bin ich, habe ich eine GmbH, habe ich vielleicht eine Genossenschaft, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder mir persönlich eine Nachricht. Vielen Dank.